Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Cool, cool. Würdest du meine Telefonnummer haben? Oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich habe meistens um fünf Schluss. Ich freue mich, Frau Gabler, dass Sie so vernünftig waren und meiner Aufforderung freiwillig nachgekommen sind. Pure Egoismus. Ich will ja meinen Führerschein zurück. Nehmen Sie Tabletten oder sonstige Beruhigungsmittel? Ab und zu eine Schlaftablette, hin und wieder ein Schlückchen Wein und nachts Ohrstöpsel. Welche? Oropax. Ja, ich frühstücke gar nicht mehr. Also, nur noch eine Tasse Kaffee und dann esse ich jetzt mittags was. So einen kleinen Toast mit Rührei oder eine Putenwiener. Ich esse überhaupt kein Fleisch mehr. Ich esse nur noch Gemüse und Obst. Naja, das ist auch eine sehr gute Sache. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020